Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Graveyard Keeper. So. Wir geben jetzt Gas, machen schnell... Uh, von der Zeit her könnte es knapp werden. Uiuiuiui. Ah, verdammt, ich wollte gerade sagen, wir müssen nur bis da warten, aber Frau Anmut ist ja da. Scheiße. So. Wenn ich noch rechtzeitig komme, um die letzte Kiste da reinzupacken. Das könnte gerade extrem knapp werden. Und das war knapp. So. Gesamt. Zwei davon, zwei davon. Kissen mit Zeug. Bis jetzt hat der Ruhm nichts geändert. Aber wir haben hier halbwegs guten Gewinn. Deshalb beschweren wir uns nicht und gehen da rein. Vielleicht bringt das hier was. Ah, er hat irgendetwas zu sagen. Ich habe von den letzten Hexenverbrennungen gehört. Muss ja ziemlich beliebt gewesen sein. Ich finde das absolut barbarisch, aber wenn interessiert schon meine Meinung. Äh, nicht eigentlich. In der guten alten Zeit haben sich die Leute einfach bis zum Tod bekämpft. Einfach so zur Unterhaltung. Ich unterstütze diese Verbrennung nicht, aber so kann ich wenigstens Bier verkaufen. Oh 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 gut in diesem fall wir wollen ja immer ein bisschen höher kriegen damit wir dann später hier irgendetwas machen können und hier die darf bewohner können ruhe schlafen ja das ist sehr schön sehr schön gerade mal überlegen gut ich glaube es ist an der zeit kurz schnell hier oben vorbeizuschauen also hier ist nur silber ja so drei solche ein solcher 15 ok jetzt werden wir schnell los 11 53 1 153 gut jetzt hier 22 56 das besser 22 56 26 und hier 22 76 ja wir hatten hier gold eine qualität hier silber ne hier auch silber ne 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 Gut, also was haben wir? Wir bringen das Goldene. Golden, wir nehmen das Silbrige und hier auch das Silbrige. Das Goldene können wir leider noch nicht, also müssen wir das Silberne nehmen. Damit wir Goldene Hopfen kriegen, also Samen, damit wir dann... Gut, und der Rest wird mit Silber. Wo ist es hier? Hopfen, Hopfen, Trauben. Okay, gut. Gut, und jetzt ernten wir hier alles ab. Gut, also was haben wir? Aha, aha, aha. Tonnenweise davon, aber leider bringt es nicht viel. So, das geht hier rein, das geht hier rein. Und eigentlich sollten wir das ganze Zeug hier mitnehmen. Genau, und nur die Samen übrig lassen. Gut, so. Ich komme wieder nur die Samen rein. Der Rest wird mitgenommen und unten verstaut. So, machen wir die Goldene. Warum dies? Ihr versteht es nicht, aber okay. So, der Goldene Dünger und Traubenkerne Gold. Okay. So. Gut, dann müssen wir die hier verwenden. Gut. Traubenkerne. Ja, die Traubenkerne sind extrem runtergegangen. Wir können uns nicht mal... Normalen, okay. Gut. Da wir jetzt, äh, unser Hopfen und so alles mitgenommen haben. Können wir das Zeug ja loswerden. Und zwar... Gut. Dann mal so hier. Dann... Ne, Moment. Das war hier unten. Gut. Dann Toff kommt auch weg. Und, äh, das hier. Äh, der Rest kommt in den Keller. Gut. Und ab geht's. Gut. Ähm, das hier. Natürlich das hier auch. Hier. Und hier. Gut. Schade geht nicht, aber gut. So, und was haben wir? Genau. Hm. Da kommt gerade etwas in den Sinn. Zuerst einmal hier. Das auffüllen. Füllen. Und hier. Fertigen. Gut. So. Arbeiten. Schade, dass man hier nicht auch, äh, hinstellen kann. Also eine ganze Reihe. So. Aber ich würde ja den Juwelier machen. Also geben wir uns hier ein bisschen Mühe. Schreiben einfach ein paar Kapitel. Äh, paar Notizen meine. So. So. Das haben wir ja gleich. also jede 10 jede zehnte geschichte ist ja was tolles oder besser hier unsere mündigkeit technologie wo war das wo war das das beim schreiben hier goldrausch so war hier beim buch 90 ok das ist unerwartet gut und dafür mache ich jetzt das hier und 25 gut das ist eingeschaltet und zombie logistik transport la bauplanung kandortius sehr gut sogar Uh, ha, 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 ha. Es wird einfach hier. Schaut, dass es nicht steht, wo man das erlernt. So. So. Dass man das jedes Mal so machen muss. Aber okay. Man überlebt. Kommen wir vor. Da klingt das, als wären wir Rittersporn. Der feine Dichter aus der Witcher-Reihe. Unser Honig ist zum Ende gegangen. Aber gut, so können wir ein bisschen blaue Punkte sammeln. Und das ist perfekt. Also das ist schon mal gut. Und hier. Vorbereitung doppelt. Was hier? 75. Du versagt zusätzlichen Schatten und siehst verdammt cool aus. Ja, das wäre schon geil. Wasserpumpe. Wasserpumpe. Ingenieur, deine Schnitzereien und deine Schmücke sehen besser aus. Es gäbe doch irgendetwas, was ich auch damit machen wollte. Hier gibt es jetzt einfach ein paar Neuigkeiten. Aber wann ich die erlerne oder wenn ich davon etwas erfahre, steht mal wieder alles in den Sternen. Jetzt kann ich das hier verkaufen und hier kriegen wir mehr Zusatzliches Gold und mehr Glauben. Das ist nicht schlecht. So. Jetzt will ich sehen. Wo kommen jetzt unsere Zombies hin? Das ist eigentlich sehr wichtig, also. Die werden nicht hier erschaffen, oder? Die Blaupläne waren grün, also. Auferstehungstisch. Eigentlich ganz einfach. So. Okay. Wir sehen unsere Früchte aus. Und das sieht eigentlich schon gut aus. So. Wir gehen aber zuerst Honig sammeln. Das ist richtig. Nein. Nein. So. Gut. Ich glaube, das ist genug für Honig sammeln. Hoffen wir es mal. So. Und eigentlich kann ich meditieren. Und das. Ja, ich habe eine Biene gekriegt. Sehr gut. Mit einer Biene kann man endlich einen weiteren bauen. Und zwar brauchen wir Nägel und Bretter. So. Das ist eigentlich sehr gut. Hm. So. Und meine Müdigkeit ist weg. Weg. Gut. Was wollt ihr? Was wollt ihr? Was wollt ihr? Genau. Bretter. Und Nägel, oder? Ich glaube, das sollte reichen. Und einmal die Bretter. So. So. Perfekt. Los geht's. Aber bevor wir ja los machen, noch schnell hier nachsehen. Genau. Jetzt scheint alles soweit so gut zu sein. Sehr gut. Gut. Da ich einmal versehentlich Dings gemacht habe. Silber. Kann ich das so hinpflanzen? Gut. 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 sehr gut so einmal das rein dann hier so und hier noch die früchte rein gut das heißt ich kann wieder alles so hinpacken das ist das einzige was sie für den platz ist oder das war falsch genau wir wollen alles nur noch golden und dann muss ich wirklich die goldene qualität scheiße so okay das reinpacken so wie das auch also hier ist alles golden das bedeutet sogar zu wenig pritschen sogar mit dem was wir dabei hatten ist es sogar zu wenig gut moment wir gehen schnell dings machen dann können wir die kisten machen und ja die nächste lieferung werte kräftig sein und wir kriegen auch keinen schaden mehr also das ist alles super so und vom geld das wir jetzt eigentlich immer wieder kriegen können wir uns eigentlich sogar dings leisten beide bücher so sozusagen mal hier so war es doch kein fehler ich wusste doch dass ich keinen fehler gemacht habe so hier aufsammeln sehr schön gut und ich glaube in der nächsten folge werden wir uns wirklich um die Zombies kümmern und äh die transmorphigen Menschen oder wie die heißen so das ist noch zu klein ja dann nehmen wir diesen Baum hier mal legen einmal da legen hier zwei Balken machen gut ich glaube das sollte ausreichend sein gut das kommt hier rein so wie die Nägel und das kann man behalten so wo waren wir genau wir können zwei davon machen so was können wir sonst noch machen gut so wie das hier so komm schon das sieht eigentlich super aus das sieht eigentlich super aus praktisch okay so scheiße okay und weiter geht's also die schönen Kisten das wird der hab mal bald ist ja auch Frau Anmut da also das wäre es schon so mir wäre aber ein Wagen lieber der mit dem man das Zeug transportieren kann am liebsten ist einer den man selbst bauen kann äh warte da kann mir er hat ja 20 er hat 20 von den Dingern können sie mir einfach kaufen ja mittlerweile haben wir ja genug Geld für so einen Spaß so dass wir nicht immer die Einzelnen farmen müssen so gehen die zum zum Dachturm ist das gerade zu knapp Dachturm handeln und zwar nehme ich einmal das hier einmal das hier das hat mir ein halbes Vermögen gekostet aber ich hoffe mal das ist mehr wert so Technologie Goldrausch bessere Materialien das sollte ich hier genau ich wollte das hier das hier das ist eigentlich cool dann bleiben wir nur noch ja machen wir das hier und das hier das muss auch irgendwann mal kommen hier vielleicht paar Sachen machen sollen okay die Toten werden dir nicht verklagen aber du musst trotzdem vorsichtig sein die Wahrscheinlichkeit dass du beim Entnehmen von richtigen Teilen ein Fehler machst ist geringer das sollte hier auch langsam alles voll machen so gut dann gehen wir mal auf dem Weg nach Hause bin gerade am überlegen das mit dem Geld haben wir schnell glaube ich mittlerweile wenn ich 10 goldene Kissen hinpacke kriegen wir 1,1 Gold ja 1,1 wir können auch gutes Bier machen und Burger und die verkaufen müssen auch schauen dass wir die Dinger hier frei machen und uns im Moment noch den Weg versperren ach es gibt noch so viel zu tun aber ich lege mir mal kurz aufs Ohr und dann würde ich sagen war es das für diese Folge also liebe Leute bis zum nächsten Mal ciao 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 Untertitelung des ZDF, 2020